Intro Moin Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, gibt es heute einen ganz besonderen Ort. Ich bin jetzt leider nicht mehr da, weil ich voll dolly vergessen habe, ein Intro aufzunehmen. Und deswegen hole ich das jetzt nach. Ach, was genau das da ist, kann ich selber nicht so definieren. Es sieht aus wie ein Schloss und wir haben Winter. Deswegen geht es heute auf eine kleine Expeditionstour in das Winterschloss. Wer Bock hat, sich das Ganze anzuschauen, der bleibt jetzt dran. Und wer keine Lust hat, schaltet jetzt ab. Alle, die jetzt immer noch dabei sind, denen wünsche ich jetzt viel, viel Spaß mit diesem Video. Ich bin jetzt nicht mehr, ich bin jetzt nicht mehr. Musik Und bevor es jetzt reingeht, gibt es jetzt erstmal eine kleine Werbung und zwar, wenn dir meine Art der Videos gefällt, dann schau doch auch mal in meine Urbex-Playlist rein. Ich verlinke sie dir einmal unten in der Textbeschreibung und als Endcredit-Szene und in der Infokarte. Dort findest du meine ganzen Urbex-Touren. Musik 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 Ja, so wirklich viel ist ja auch nicht mehr drin, aber halt alles im richtig klassischen Almenstil. Das sieht schon richtig cool aus. So, dann schauen wir mal, was hier oben noch so alles finden. Wir müssen aber auch echt aufpassen. Auf jeden Fall wird es ja öfters mal so zum Abhängen, chillen, hier sind viele Zensilien, Kartenspiele, Becher, Ökoflaschen. So, jetzt gehen wir mal die Treppen hoch, ich bin ein bisschen neugierig. Ja, hier hat man sich das so ein bisschen gemütlicher gemacht. Kann man ja auch mal unten. Ja, der Verfall ist natürlich ziemlich weit fortgeschritten hier. Gut, wirklich was zu verblecken gibt es hier oben auch nicht mehr, deswegen gehen wir wieder runter. Hier ist alles runtergekommen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen aufpassen, wo man eintritt. Das ist aber schön. Okay, hier sind wir jetzt auf dem Katakom. In diesem Sinne, ich hoffe das Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, gib den ganzen Daumen nach oben. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, lass mir doch auch gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Kümmer mich stpled! Ja. Okay, hop conserv! will bitte muttern. Also, bei Jacob zeigt die Ein ...